Herzlich Willkommen zur wöchentlichen News-Folge von Dein Geld kann mehr. Diese Woche hat wieder sehr, sehr viel stattgefunden. Die klare Regulierung in Europa nimmt zu. Genauso auch die Massenadaption quasi von Bitcoin als Zahlungsmittel. Warum es keinen Sinn macht, breit zu diversifizieren. Das sind die wichtigen Themen, die wir uns heute gemeinsam anschauen. Plus, wenn du dran bleibst bis zum Schluss, schauen wir in die Onchain-Daten rein. Das heisst in die Blockchain. Und ich habe dir etwas ganz, ganz Spannendes für dich mitgenommen. Und zwar, wie du anhand der Rechenleistung im Netzwerk herausfinden kannst, wann wir aus dem Bärmarkt rauskommen, wann der Kurs wieder steigen wird von Bitcoin, wenn der Preis wieder ansteigen könnte. Eine ganz, ganz wichtige Metrik. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran und wir gehen gleich in die News rein. An dieser Stelle noch ganz kurz die Information von meiner Seite. Falls du meinen Telegram-News-Kanal noch nicht abonniert hast, Link findest du unterhalb von diesem Video. Da poste ich fast täglich die wichtigsten News mit einem Kommentar von meiner Seite. Das heisst nicht nur die News raushauen, sondern auch einen Kontext mitgeben. Link findest du unterhalb vom Video, damit du auch up-to-date bleibst. Starten wir mit der ersten Thematik rein. Vielleicht hast du das mitbekommen. Die Regulierung ist das grosse Thema in Europa. Und hier gibt es die MICA, Markets in Crypto Assets auf Englisch. Also die Regulierung der Märkte, der Kryptowährungsmärkte. Und das war ja ein Riesenthema in den letzten Wochen und Monaten. Viel viel diskutiert und so weiter und so fort. Und jetzt wurde eine klare Entscheidung getroffen. Ich gehe jetzt hier nicht ins Detail rein, was genau alles beschlossen wird. Aber es geht einfach für dich. Wichtig ist, dass das Gremium am 5. Oktober hier der Verordnung zugestimmt hat. Und vor ihrem Beschluss bleibt damit nur noch die Wahl im Europäischen Parlament nächste Woche. Das wird wahrscheinlich reine Formsache sein. Und dann wird die Richtlinie, die klaren Regelungen für Europa Anfang 2024 dann auch live gehen. Da gibt es noch verschiedene Schritte und Hürden dazwischen, bis das definitiv umgesetzt wird. Übergangsfrist und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass der Markt hier auch eine klare Vorgabe bekommt. Weil, und das sage ich auch schon länger, auch wenn du mir folgst auf diesem Kanal hier, die nächste grosse, wie soll ich sagen, der nächste grosse Preisanstieg, der nächste Bullrun, wenn die Preise wieder steigen, Euphorie aufkommt und so weiter, das grosse Geld auch investiert wird. Aus meiner Sicht wird die Regulierung sein, die Regulierung in Europa, wie aber auch die Regulierung in den USA. Und deshalb ist es wichtig, weil die grossen Institutionen, das Big Money, sage ich jetzt mal, auf der Seitenlinie wartet, um investieren zu können. Verdacht braucht es klare Regulierung. Zeige ich dir nachher noch im Video ein ganz, ganz wichtiges Interview zu diesem Thema. Nur ganz kurz, um was geht es grundsätzlich so High-Level-mässig, wie gesagt, dass auf der Europäischen Union eine Rechtssicherheit geschaffen wird. Es geht grundsätzlich darum, Anbieter von Dienstleistungen in diesem Bereich strenge Vorgaben erfüllen müssen, dass die Stablecoins ganz klare Regelungen bekommen. Stablecoins, falls ihr das nicht sagt, das sind digitale Abbilder von einem Euro, von einem Schweizer Franken, von einem Dollar, der sehr, sehr gerne benutzt wird in der ganzen Welt der Kryptowährungen, um schnell kaufen, zu verkaufen, Gelder zwischen zu parkieren, Zahlungen auszuführen und so weiter und so fort. Spannend ist schlussendlich eigentlich auch noch dieser Punkt hier. Die Entwicklung wertreferenzierter Token müssen eingeschränkt werden. Thema Bitcoin als Zahlungsmittel, bin ich gespannt, wie das Ganze dann ausschauen wird. Aber tiefer möchte ich hier nicht reingehen. Es gibt hier diesen offiziellen Beschluss, 380 Seiten lang, muss ich nicht anschauen, ich wollte es dir einfach kurz zeigen. Ein bisschen speziell war auch, das muss ich kurz schauen, das ist glaube ich vor zwei, drei Tagen herausgekommen, hier 6. Oktober, ich nehme das heute am 7. Oktober auf, du siehst wie schnell die Zeit auch läuft, wie hier die News rauskommen und viel passiert. Aber was hat die EU gemacht? Die EU hat 8 Punkte für ein Sanktionspaket gegen Russland wieder lanciert. Was hat das jetzt mit Kryptowährungen zu tun? Sie haben auch gewisse Einschränkungen von Cryptoassets herbeigeführt. Typischerweise haben die Leute jetzt geschrieben auf Twitter, ja Bitcoin wird verboten, respektive, dass man zwischen der EU und Russland Kryptowährungstransaktionen, Bitcoin-Transaktionen machen darf, wird verboten. Davon lese ich in der offiziellen Beschreibung nichts. Es geht hier mehr um, das steht hier, include IT-Consultancy, Legal Advisory, Engineering Services, das heisst mehr IT-Consultancy, Beratungsleistungen auf Legal-Ebene, also auf dem Recht, Engineering, also das heisst Software, Services zum Beispiel, auf dieser Ebene, dass man halt auf Firmenebene nicht mit Russland zusammenarbeiten darf, wenn es um das Thema Kryptowährungen geht und nicht per se ein Verbot von Zahlungen. Klar, das impliziert es indirekt irgendwie auch, aber es ist einfach hier ein bisschen speziell. Anscheinend ist es ein Riesenthema für die EU, dass Russland Kryptowährungen nutzen kann oder könnte und ist ein Dorn im Auge, wollte ich dir einfach so an dieser Stelle mitgeben. Ein weiterer spannender Fakt und das ist so ein weiteres Thema, was ich immer wieder sage, die Grossen positionieren sich. Ich habe zum Beispiel all meinen Kunden, die schon seit Wochen diskutieren mir darüber, dass sich die Grossen, das heisst die Bankinstitute, die Hedgefonds, die vielleicht auch Zentralbanken positionieren, wenn die Regulierung da ist, grössere Gelder auch freimachen und investieren werden. Und jetzt gibt es hier einen Bericht von der BIS. Die BIS ist eigentlich die Zentralbank der Zentralbanken, die sitzt in Basel, die koordiniert auch die ganzen, wie soll ich sagen, Regelwerke für die einzelnen Staaten dann via die Zentralbanken und so weiter. Und da gab es einen offiziellen Bericht, der rausgekommen ist. Ich muss kurz schauen, das Datum hier sehe ich jetzt direkt nicht. Hier Report September 2022. Und spannend war eigentlich, dass hier geschrieben wurde, dass es wurden 16 Banken analysiert, Grossteil aus den USA und Europa. Und dabei wurde in diesem Bericht geschrieben, dass ungefähr 9,4 Billionen Euro, also das sind, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es die amerikanische Notierung ist, und wären es 9,4 Milliarden, die von diesen Bankinstituten investiert wurden in Kryptowährungen. Das heisst, Banken, die halten schon gewisse Produkte, und hier unten siehst du eine Aufteilung, 56% Bitcoin, 32,8% Ethereum. Und diese Anteile hier muss man nochmal aufteilen in direkt Bitcoin, die sie halten, oder Bitcoin-Bankenprodukte. Hier wieder Grayscale Bitcoin Trust. Ich gehe jetzt hier nicht ins Detail ein, was das genau ist, es ist einfach sozusagen wie ein, ja es ist kein ETF, aber es geht in diese Richtung, es ist ein Bitcoin-Bankenprodukt, das man kauft. Nicht direkt ein Coin, sondern eben so ein Bankenprodukt. Aber zusammen, der größte Teil ist Bitcoin, und zusammen mit Ethereum macht es praktisch der Hauptanteil an, ja, die diese Banken schlussendlich halten. Sehr, sehr spannend, weil, ich möchte dir hier dieses Video näherlegen von Anthony Pompliano, und zwar spricht er hier mit David Mercer, ist er hier, Chef von LMAX Digital, LMAX Digital, kannst du mal googeln, ist die Firma hier, und über was sprechen sie? Es geht über die Adaption bei den institutionellen, eben Banken, Hedgefonds, grossen Finanzdienstleistern, wie weit sie sind. LMAX Digital ist Infrastruktur, Provider, sie stellen Infrastruktur, Know-how, Wissen zur Verfügung, und das Interview geht 25 Minuten, ich werde es unterhalb von diesem Video verlinken, und da spricht er darüber, grundsätzlich drei Punkte, die ich mitnehme. Die grossen positionieren sich, die bauen alle Teams auf, die bauen Wissen auf, die sind teilweise schon investiert, und er sieht auch ganz klar, da steckt viel Geld dahinter, der Markt wird hier bleiben, und sobald die Regulierung in den USA da sein wird, wird das grosse Geld investiert. Das sind so die drei Hauptpunkte. Du kannst es dir aber gerne mal anschauen. Wie gesagt, die grossen positionieren sich im Hintergrund, auch wenn du in den Medien in den Medien liest, das ist alles nur heiße Luft, und zwar dieser Markt ist hier, um zu bleiben, ein ganz, ganz wichtiges Learning, vielleicht auch für dich. Dann zu den Bitcoin News. Sehr, sehr schön zu sehen, Lugano, die Schweizer, ja, wie soll ich sagen, mediterrane Stadt im Tessin, akzeptiert im McDonald's zum Beispiel Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel. Man kann mit Lightning bezahlen. Kannst du gerne das auch mal noch anschauen auf Twitter. Aber sehr schön zu sehen, wie auch in Deutschland, im Subway-Sandwich-Hersteller, respektive ähnlich wie McDonald's, oder kann man die Sandwicher da kaufen. In Berlin kann man auch mit Lightning bezahlen. Sehr, sehr schön die Adaption, die auch bei den grossen Anbietern vonstatten geht. Das Ganze wird mit Lipa umgesetzt. Kannst du dir mal Lipa genauer anschauen. Die haben sich darauf fokussiert, Payments mit Bitcoin einfach ausführen zu können. Das heisst, wenn du ein Anbieter bist, einen Shop hast, wenn du Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren wirst, dann schau dir mal Lipa an. Aber sehr, sehr schön zu sehen, die grossen positionieren sich im, wie soll ich sagen, positionieren sich genau und Bitcoin geht mit grossen Schritten in die Massenadaption als Zahlungsmittel. Wenn du weiterhin glaubst, dass das hier alles nichts wert ist, schau dir mal diese ganzen Themen genauer an. Ich glaube, das könnte deine Meinung ändern. Bevor wir dann jetzt in den Bonus kommen, hier noch eine ganz, ganz spannende Aussage. Stanley Druckenmiller ist einer der grossen Hedgefondsmanager aus den USA. Ich weiss nicht genau, wie schwer er effektiv ist, aber er hat einen sehr, sehr krassen, hier steht zwar 10 Milliarden schwer, nehme ich jetzt mal so hin, hat ungefähr jedes Jahr sozusagen 30% Returns erwirtschaftet mit seinen Investments. Ich meine, das ist massiv, also gemäss hier dieser Aussage. und er geht genau gleich wie Warren Buffett in die gleiche Richtung. Diversifizierung, das ist Nonsens, macht überhaupt keinen Sinn. Wenn du ein Thema richtig verstehst, dann solltest du da deine grosse Kohle sozusagen platzieren und wie all in gehen. Und das ist genau einer dieser Mythen, die ich immer wieder höre, auch von Einsteigern, ja, ich diversifiziere mal breit in Kryptowährungen rein und irgendwas wird dann schon funktionieren. Dieser Ansatz, die erfolgreichsten Hedgefondsinvestoren der Welt, Warren Buffett, Stanley Druckenmiller und so weiter, machen das genau nicht so. Und ich gebe dir das einfach mal als Input an dieser Stelle mit. Schauen wir jetzt als Bonus eine ganz, ganz spannende Metrik an, die du auch nutzen kannst, um die Trendwende im Markt zu identifizieren. Und zwar, um was geht es? Um die sogenannte Rechenleistung. Ich habe dir hier eine Grafik mitgebracht. In schwarz siehst du den Bitcoin-Preis. In blau die Total Revenues von den Bitcoin-Mainern, die Energie aufwenden, um das Netzwerk zu schützen, Transaktionen zu verarbeiten. Und in orange die Revenues pro Tera-Hash, das ist ein Mass an wie viel Rechenleistung zur Verfügung steht. Und du siehst, die Revenues pro Rechenleistung nehmen immer mehr ab. Die Miner-Revenues, wie viel sie verdienen, das bewegt sich sehr, sehr ähnlich wie der Bitcoin-Kurs. Aber man verdient immer weniger pro Tera-Hash, also pro Einheit Rechenleistung, die ins Netzwerk reinfließt. Was bedeutet jetzt das Ganze? Die Mining-Industrie, das musst du verstehen, ist eine sehr kompetitive, immer professionellere, wie soll ich sagen, Wirtschaftsbereich bei Bitcoin, der sehr kompetitiv ist. Das heisst, du musst permanent investieren, du musst die neuste Hardware haben, du musst die günstigste Energiequelle finden. Sonst bist du nicht mehr kompetitiv und wirst vom Markt gnadenlos ausradiert. Und das Spannende ist, dass gerade jetzt im Bärenmarkt die Rechenleistung massiv hoch ist und ich möchte dir das kurz anhand von verschiedenen Metriken zeigen. Ich muss hier eine neue Metrik kurz aufmachen. Ich zeige dir ganz kurz die Rechenleistung. Hashrate. Du siehst hier, die Rechenleistung, die ist auf dem All-Time-High hier. Die ist massiv gestiegen, obwohl wir in einem Bärenmarkt sind. Die Preise sind am Boden, aber die Rechenleistung, die steigt massiv. Warum ist das so? Die großen Mining-Firmen, die haben natürlich bewusst investiert in den letzten Monaten, Jahren, Kapital angehäuft und Rechenleistung aufgebaut, die sie jetzt ans Netz nehmen. Die haben bereits vorinvestiert, um in Zukunft besser aufgestellt zu sein. Eben, es ist ein sehr kompetitiver Markt, man muss immer wieder reinvestieren und das sehen wir jetzt hier. Das spielt sich natürlich jetzt aus, obwohl der Markt tief ist, ist die Rechenleistung am höchsten. Und das führt uns zu einer sehr, sehr spannenden Metrik. Und zwar ist es die Korrelation zwischen Marktkapitalisierung und der Rechenleistung. Marktkapitalisierung, wie viel Geld steckt im Bitcoin-Markt drin, Rechenleistung, die Hashrate, wie viel Rechenleistung ist im Netzwerk vorhanden. Und wir haben immer gesehen, wenn die zwei korrelieren, also genau gleich sich verhalten, dann sind die in einer Korrelation von 1. Wenn die sich komplett anders verhalten, sind wir bei Minus 1. Und wenn die sich komplett anders verhalten, also Minus 1, dann ist das meistens der Tiefpunkt von einem Bärmarkt gewesen. Warum? Der Markt, der Bitcoin-Preis ist am Boden, aber die Miner haben bereits investiert und nehmen natürlich auch diese Rechenleistung ans Netz, lassen die arbeiten. Das heißt, die Rechenleistung steigt trotzdem massiv an, der Preis ist am Boden und deshalb korrelieren die überhaupt nicht, sondern sind gegenläufig und markiert eigentlich sehr, sehr schön den Boden von einem Bärmarkt oder so ungefähr den Boden. Und wichtig ist jetzt, diese Trendwende zu sehen, wann bewegen die sich wieder ähnlich, das heißt, wann fließt wieder Geld in den Markt rein, Kapital fließt rein und die Korrelation dreht sich langsam wieder ins Positive, dann sehen wir, dass wir vor dem nächsten Bullrun stehen. Und du siehst hier, wir sind noch nicht an diesem Trendwendepunkt angekommen jetzt, wenn wir diese Metrik hier nehmen und das bedeutet jetzt, dass wir noch ein bisschen Geduld haben müssen, bis der nächste Bärenmarkt dann sich einstellen wird. Das Video ist jetzt wieder ein bisschen länger geworden, aber ich hoffe, es hat dir wieder massiv viel Insights gebracht, wie dieser Markt sich, ja, wie soll ich sagen, abseits der breiten Öffentlichkeit weiterentwickelt, wie Bitcoin sich weiterentwickelt als Zahlungsmittel und hier die On-Chain-Metrik, die du nutzen kannst. Schau dir an, wie entwickelt sich die Marktkapitalisierung gegenüber der ganzen Rechenleistung. Mich würde es auch interessieren, wie du die ganzen News einschätzt. Stimmt dich das positiv oder eher negativ? Kommentier doch unterhalb von diesem Video. Abonnier meinen Telegram News Kanal, Link ist auch unterhalb von diesem Video und wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder. Mach's gut, dein Marc. Tschüss. 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 Tschüss.